Was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Granatwerfer und hier gibt es irgendwo. Sieht aus wie er jetzt würde Biogenier auftauchen. Ich rieche nämlich Boss. Auch wo Boss-Zeit? Wir müssen ihn aufhalten um Sherry rauszubringen. Alarmstufe rot. Was ist das denn gerade langsam hier? Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Hunter gewesen? Was ist das für ein Hunter gewesen? Das ist für ein Hunter. Das ist für ein Hunter. Das ist für ein Hunter. Oh, das ist eins gebraucht. Spektraben davor. Oh, man sieht nach vorne aus. Achso! Treff an! Das ist ein Kratzei! Der ist gerade auf jeden Fall. Das ist ein Kratzei. Das ist ein Kratzei. Das ist ein Kratzei. Bis zu beinem. Bis zu beinem. Bis zu beinem. Achso. Feuer! Eiba, das ist ein Kratzei! Der ist eine Anregler! Das ist eine Kratzei. Das ist ein Kratzei. Oh, leider. Hast du Schaden, dann kommt das wieder runter, da hat er. Sag was für Nachts, dass ich nicht geblieben kann. Oh, heute Ruh. Oh, heute Ruh steht da! Ist hier einer, steht jemand von euch, bei euch? Also du, oder du? Du? Dann darfst du nicht mit. Du oder du, diese zwei Leute dürfen nicht mit. Weil der Roto Wu da stand. Gut, ab mit Sherry treffen. Hey Sherry. Solange die Tür verriegelt ist, kommen wir nicht weiter. Ich weiß, was das ist. Ja, sie weiß es. Kretina-Scanner. Woher hast du die Zugangskarte? Das habe ich von meiner Mama. Und wo ist dein Vater? Weiß nicht. Ja, ich glaube nicht. Warum? Ja, weil er ist nicht mehr so wie früher. Der Junge geht's lang. Der Junge geht's weiter. Weiter will ich schon nicht. Vielleicht muss ich den Moment mal hier umgucken. Ja, das sieht ein bisschen verdächtig aus. Oder? Noch nicht. Ne, ich sehe es nicht so wie ich dachte. So wie man dachte, 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 dachte. Das ist ungefähr. Du musst es sich mal vorstellen. Ja. Gut. Ja. Datensätze. Ich hoffe, wir treffen nicht das Krokodil. Wir müssen nicht Krokodok spielen. Wie man, ich hoffe, du hast dich schon drum gegründet um ihn. Wie? Haben wir Sir Birkin schon mal hier? Ansonsten wird die Mauern eingeschlagen. Oh nein. Jetzt werde ich Birken in der Nähe doch kommen, weißt ja herrlich, steht ja auch, ist er dumm auf meine Stimme geschrieben oder dumm auf ihn, er hat auf irgendein der geschrieben. Ja, ich weiß, oder? noch dazu gemacht Die A-C trägt den Trink. Wenn ihr das genau wisst, wirst du wirklich nicht mehr so. Das ist ja alles so. Das ist nie wie groß. Das ist nie wie groß. Was ist das? Das ist ja nicht mehr so. Das ist ja nicht mehr so. Ja, hier kannst du mal allein sein. Mach was umfassend. Das kannst du für dich ein bisschen mehr sammeln. Ich fände nicht mal ganz genau, das geht doch fast. Nein, ich kann mich das nicht mehr aufreißen. Ich muss es nicht mehr aufreißen. Ich muss es nicht mehr aufreißen. Ich muss es nicht mehr aufreißen. Oh, okay. Okay. Die sehen da doch schon mal in der Frache, ne? Wir müssen Munition aufgreifen! Ja, komm mal da schon mal in der Frache verhäschte! Der ganze Nachteil ist, wenn ich gerade gepackt werde und dann... Wir müssen hier rein und in die Position da rein. Da ist ein Packer, ne? Position? Ach ne, die Schrotzländer. Das sieht von dem Kollegen aus, die Schrotzländer will nicht. Der hat den Dreck hoch bei der Nase. Der hat einen Fall ist, die Nacht wieder im Drone. Der hat einen Fall ist... Egal. Keine Katzen, Warrr. Der hat einen Fall ist, wurde er nachher. Der hat den Schrofon erreicht. Was? Ich hab dir, ich hab dir gar nicht mehr rauskissen, was mich erinnern kann. Was, was ich denn? Das ist vielleicht eine große Qualität, aber ich weiß nicht, dass ich es dann abhabe. Das ist schon scheiße. Danke. Beide. Everybody. 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 Ah mal 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 mal. Wir müssen Munition finden. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, Granaten. Datensetzung. Wie sollen die Beschützenden in Sherry rennen vor? Wie keine Ahnung. Das war eine neue... Das war eine Gegenstände frei gescheitert. Sehr gut.